Ja, schön, dass ihr euch für das Thema LernOS interessiert. Ich werde die nächste Viertelstunde verwenden, um euch das ganze Thema mal ein bisschen näher zu bringen. Wo kommt das Wort her oder wo kommt der Name her? Man hört ja öfter mal LernOS, Lernosch, LernOS. Also im Kern ist das ein Esperanto-Verb, ist die Zukunftsform von Lernen, also ich oder wir werden lernen. Das spielt so ein bisschen mit der Idee, dass wir jetzt in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts etwas mehr Fokus auf das Thema Wissen und Lernen legen müssen. Und das nicht nur in Unternehmen, sondern auf allen gesellschaftlichen Ebenen, also bei den Individuen, auf Ebene von Gruppen und auf Ebene von Organisationen und der Gesamtgesellschaft. Darauf deuten diese drei Quadrate, Rechtecke, auf der linken Seite des Logos hin. Was das Thema Wissen und Lernen befördert, ist natürlich die Digitalisierung, die seit den 50er, 60er Jahren stetig Fahrt aufnimmt und auch immer weiter fortschreitet. Das Moorische Gesetz ist da der Treiber, deswegen haben wir das OS in dem Verb mal groß geschrieben, um da den Hinweis auf die Bedeutung der digitalen Transformation zu legen. Und nicht zuletzt oben rechts im Eck sieht man, dass da ein kleines, nicht ein Copyright, sondern ein Creative Commons Symbol zu sehen ist. Das heißt, die Inhalte von LernOS, die sind frei und offen verfügbar. Ihr könnt die verwenden in jeglichen Kontexten und auch anpassen an das, was ihr damit machen wollt. Ja, warum ist uns das wichtig? Wir haben hier mal ein Zitat in die Folie reingenommen von dem Professor Kuhlen, der sagt, Gesellschaften, die mehr Energie darauf verwenden, sich um Verwertung von bestehendem Wissen und Informationen zu kümmern, beziehungsweise um die Sicherung von Verwertungsansprüchen, also auf die Rahmenbedingungen, die Produktion von neuem Wissen zu begünstigen, also man könnte auch sagen, Innovationen zu fördern, sind in einer ökonomischen, wissenschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Abwärtsentwicklung. Also wir glauben sehr stark daran, dass einfach das offene Teilen von Wissen, alle können Ideen beisteuern, alle können Wissen weiterentwickeln, ganz, ganz wichtig ist für das Wohlergehen unserer Gesellschaft in Zukunft. Ja, warum braucht es unserer Meinung nach sowas wie LernOS? Wir haben also drei Treiber identifiziert. Das eine ist, dass wir in immer mehr Lebenslagen bei immer mehr Menschen sehen, dass die von starken Veränderungen betroffen sind. Natürlich durch technologische Entwicklungen, durch die Digitalisierung getrieben, aber auch durch andere Effekte. Und das bedeutet einfach, dass ich mit dem, was ich in Ausbildung oder in meinem Studium gelernt habe, eben nicht mehr meinen Lebensalltag und auch nicht meinen Arbeitsalltag bestreiten kann. Also das ist ein Treiber. Dann wandelt sich die Arbeitswelt durch Automatisierung. Wir hatten ja im 19. und 20. Jahrhundert sehr viel Automatisierung durch Maschinen, Automatisierung von manueller Routinearbeit. Wir sehen jetzt, dass durch so Themen wie Künstliche Intelligenz und Machine Learning auch kognitive Arbeit automatisiert wird. Und in der Folie verlinkt ist die Studie von Osborn frei, die mal so aufzeigt, welche Berufe davon betroffen sind, wo entweder Teile der Aufgaben automatisiert werden oder gar ganze Jobs automatisiert werden. Wenn ich davon betroffen bin, muss ich mir letztendlich überlegen, was ich dann in Zukunft tue. Also auch das ist einer der Treiber, warum wir das tun. Dritter Treiber der demografische Wandel, auch der Fachkräftemangel, der dadurch verschärft wird. Also die Tatsache, dass wir in Zukunft mit immer weniger Menschen in der Gesellschaft immer mehr Arbeit machen müssen, was zu einer Arbeitsverdichtung führt und was Peter Drucker mal als Herausforderung genannt hat. Sozusagen die Produktivität von Wissensarbeit im 21. Jahrhundert muss genauso stark erhöht werden, wie die Produktivität der manuellen Arbeit im 20. Jahrhundert. Was ist da so der Ansatz von LernOS? Wie will man dem begegnen? Im Kern kann man sagen, wir wollen das selbstorganisierte und informelle Lernen auf allen gesellschaftlichen Ebenen fördern. Von der Schule, von der Hochschule, von der Ausbildung, aber auch von der Weiterbildung in Organisationen sind wir gewohnt, dass die formell ist. Also hat sich jemand anderes Gedanken gemacht, was ich lernen soll. Ich begebe mich in einen institutionellen Rahmen, in eine Schule, wie gesagt, oder einen Kurs oder ein Seminar. Ja, jemand anderes hat Inhalte für mich ausgewählt und dann kriege ich vielleicht ein Zertifikat am Ende. Ganz anders ist das informelle Lernen, wo ich mir selber Ziele stecke, selber den Lernweg aussuche. Und das wollen wir mit LernOS fördern. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man nochmal vergleicht, formelles, informelles Lernen? Dann gibt es ja oft das Beispiel von dem Bus im Vergleich zum Fahrrad. Beim Bus ist es so, da fahren viele Leute mit, da hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht. Wie viele Plätze brauche ich da? Wo steige ich ein? Wo steige ich aus? Was sind die Zwischenstationen? Also das könnte man mit dem formellen Lernen vergleichen. Im Gegensatz dazu vielleicht das Fahrrad, wo ich mir selber überlegen muss, wo will ich denn überhaupt hinfahren? Ich muss mich mit eigener Kraft fortbewegen. Kein anderer hat das für mich vorgedacht. Und ich muss natürlich auch überlegen, fahre ich alleine mit dem Rad oder fahre ich zu zweit oder in der Gruppe? Und wo will ich eigentlich hin und wo will ich meinen Zwischenstopp machen? Also das sind so die Unterschiede. Da kann man die Frage stellen, kann man das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben? Mal aus der Wikipedia so eine Liste, was charakterisiert eigentlich das informelle Lernen? Man kann sagen, das ist auf der einen Seite nicht institutionell organisiert, sondern eben selbst organisiert. Es ist in der Regel wenig strukturiert. Kommt alltäglich vor. Jeder von uns lernt jeden Tag informell. Es wird von den Lernenden selbst gesteuert, nicht fremd gesteuert. Es wird nicht pädagogisch begleitet. Also ich habe keinen Lehrer oder Lernbegleiter an meiner Seite, sondern mache es eben alleine. Es beinhaltet das Lernen aus Erfahrungen und Reflexion. Es ist ein bewusster Prozess. Also es ist nicht so das beiläufige, unbewusste Lernen, sondern das, was ich mir eben bewusst vornehme, hat Handlungsfähigkeit zum Ziel und nicht das Lernen von Faktenwissen selber oder Vorratslernen, wie es oft genannt wird. Und ist oft in einen sozialen Kontext eingebunden. Also das heißt, ich lerne gemeinsam mit anderen an einem Thema und nicht alleine im Kämmerlein vor mich hin. Kann man die Frage stellen, informelles Lernen, brauche ich da das formelle Lernen überhaupt noch? Wir glauben ja. Hier ist mal ein Bild zu sehen. Das kommt aus einer alten Version der Informal Learning Seite in der englischen Wikipedia. Da kann man sehen, wenn ich irgendwo eine Leistung erzielen will in einem Bereich, wie lerne ich da über die Zeit. Wenn ich überhaupt noch nichts weiß, sagt man mal, ich will Koch werden. Vielleicht, ich weiß nicht, was Zutaten sind. Ich weiß nicht, was Simmern ist oder Backen. Da macht es schon Sinn, dass mir jemand mal die Grundlagen erklärt, die Grundbegriffe erklärt, bis ich so, was hier genannt ist, dieses I know erreiche. Also ich weiß grob, worum es geht. Dann lerne ich vielleicht die ersten Rezepte auf Basis von einem Kochbuch oder einer Beschreibung oder eben einer Anleitung. Dann komme ich in diese Phase, I can do. Ein Fünf-Sterne-Koch werde ich damit aber nicht. Das heißt, wenn ich da besser werden will, dann greift in der Regel auch das informelle Lernen. Da muss ich mich mit anderen Kochexperten zusammentun, in Communities austauschen. Also da greifen all die Instrumente des informellen Lernens. Man kann sagen, die sollten nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern idealerweise Hand in Hand gehen. Wenn es um Neulinge, um Rookies geht, die erstmal die Basics lernen müssen, dann macht formelles Lernen Sinn. Wenn es dann eher um die Fortgeschrittenen, die Experten, die Expertinnen geht, dann macht es Sinn, Ansätze des informellen Lernens zu verfolgen. Wie ist jetzt die Sichtweise ein Lern-OS? Zum einen mal versuchen wir bei allem, was wir tun, ganzheitlich aus diesen drei Blickwinkeln, Toolset, Skillset und Mindset oder Mindset, Skillset, Toolset, je nachdem, wie rum es zu betrachten. Das heißt, gerade jetzt im Kontext von Digitalisierung wird ganz oft sehr viel Wert auf Tools gelegt. Und wie funktionieren die eigentlich? Das ist natürlich wichtig und es gibt viele Tools, die einem helfen. Die bringen mir aber nichts, wenn ich nicht auch die Fähigkeiten habe, a, mal auszuwählen, welche Tools brauche ich denn eigentlich, b, die ich auch bedienen kann. Das ist ein schönes Sprichwort, a fool with a tool is still a fool. Also das heißt, die Skills, die Fertigkeiten, die Fähigkeiten sind auch wichtig und auch die Grundhaltung, mit denen ich dann an mein Lernen rangehe, ist wichtig. Also das Mindset, einschätzen zu können, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, was sollte ich eigentlich lernen, was lasse ich lieber bleiben. Und die Radmetapher ist so, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Rad mit nur einem Drittel Umfang, das wird recht holperig, hat man beide Dimensionen im Blick oder zwei von drei, dann läuft das Rad schon runter, aber so richtig rund läuft es, wenn man sozusagen alle drei Dimensionen mit berücksichtigt und das versuchen wir in den Inhalten überall zu tun. Ja, wir haben uns dann überlegt, wie könnte denn dieses selbstgesteuerte Lernen ablaufen. Wie gesagt, das selbstgesteuerte Lernen hat ja damit zu tun, dass weder das Lernziel vorgegeben ist, noch der Weg. Da haben wir uns ein bisschen umgeschaut und sind bei dem Objectives on Key Results Framework gelandet. Das kommt von Intel aus den 80er Jahren, wurde dann recht bekannt durch Google Ende der 90er. Da sagt man im Prinzip, man nimmt sich für bestimmte Zeiträume Objectives, also Zielzustände vor, wo ich sage, wenn dieser Zeitraum zu Ende ist, dann soll der und der Zustand erreicht sein. Und um das so ein bisschen greifbar zu bekommen, was liegt denn dann vor, definiert man für jeden Zielzustand auch sogenannte Key Results, Schlüsselergebnisse, könnte man sagen, also sozusagen Dinge, die ich dann in der Hand habe oder die sichtbar vorliegen, Artefakte, wenn ich diesen Zielzustand erreicht habe. Das kann man dann sehr langfristig sehen, also im Bereich des eigenen Zwecks, Purpose, der Vision blickt man vielleicht drei bis zehn Jahre in die Zukunft, dann bricht man das runter, um besser planen zu können. Da gibt es die sogenannten Moles in OKR, die Midterm Goals, die so ein Jahr in die Zukunft schauen. Und dann, und das ist ganz wichtig, eben diese Sprints, haben wir Lerneuer Sprints genannt, die im Dreimonatstakt in Form der Quartale laufen, kann man sich aber auch anders legen, wo man sagt, innerhalb dieser Sprints überlege ich mir eben immer, was will ich lernen, was sind meine Ziele, wie packe ich das an und am Ende auch reflektieren, habe ich es erreicht oder nicht. So läuft dann dieser Kreislauf und entsprechend die äußeren Schleifen, um ständig zu hinterfragen, bin ich denn da noch auf dem richtigen Pfad. Wie sieht so ein Sprint dann innen drin aus? Da haben wir uns mal angeguckt, wie macht das Scrum, die agile Projektmanagement-Methode. Da hatten wir am Anfang ein Planning, also eine Planungsphase, am Ende eine Retrospektive. Das haben wir aufs Quartal gemappt, haben gesagt, die Woche Null ist für die Planung, da überlegt man sich, was ist eigentlich mein Ziel, wo will ich hin, will ich alleine lernen, will ich vielleicht im Tandem lernen, will ich mit einer Gruppe lernen und dann tun die Lerner als Leitfäden einem Lernpfad geben, der in der Regel auch so nach Wochen-Schema aufgebaut ist. Also es gibt Inhalte, die für jede der elf Wochen, also Woche 1 bis 11, gültig sind und in der Regel so ungefähr zwei Stunden Zeiteinsatz pro Woche brauchen. Da haben wir gesagt, das ist so ungefähr das, was jeder in seinem eigenen Zeitmanagement sich selber beiseite legen kann. Also nicht einen Tag die Woche oder noch länger, sondern zwei Stunden. Nochmal so in der Regel zwei so Boxenstops, wo man in Woche 4 und Woche 8 drauf schaut, ist man dann noch auf dem richtigen Pfad, hat man sich irgendwo verrannt, hat man das Ziel aus den Augen verloren. Und dann in Woche 12 auch wie im Scrum die Retrospektive, wo man eben zurückschaut und sagt, war das so vom Prozess für mich stimmig? Wenn andere dabei waren, war das richtige Lernteam, mit dem ich unterwegs war. Und natürlich aber auch, sind die Ergebnisse, die rausgekommen sind, die richtigen? Oder muss ich vielleicht noch im Sprint dranhängen, um das Ergebnis dann im nächsten Sprint zu erzielen? Wir haben in dem LernOS für dich Leitfaden zum Einstieg mal drei Lernpfade hinterlegt. Für so Neueinsteiger, Neueinsteigerinnen macht es Sinn, sich da mal anzuschauen, ob einer von den dreien passt. Das ist auf der einen Seite der Lernpfad Zielorientierung und Fokussierung. Da lernt man im Kern Methodik aller Objectives and Key Results. Also wie stecke ich mir überhaupt die Ziele, wie formuliere ich die, wie dokumentiere ich die, warum mache ich es so oder so? Das steckt in dem Lernpfad. Wir haben dann den Lernpfad Produktivität und Stressfreiheit. Das ist angelehnt an Getting Things Done. Wenn ich einen dichten Arbeitsalltag oder Lebensalltag habe, wo viel los ist, ich habe das Gefühl, ich werde ständig von Informationen überflutet, habe viel zu viele Aufgaben, dann ist quasi der Lernpfad vielleicht was, um sich da ein bisschen Zeit freizuräumen, Strukturen, Aufgaben zu bringen. Das wäre dann für die Gelegenheit was. Und dann gibt es noch den Lernpfad Offenheit und Vernetzung. Der ist angelehnt an Working Out Loud, wo man sagt, ich muss nicht jedes Rad neu erfinden, ich muss nicht jeden Fehler neu machen, sondern vielleicht, wenn ich mir ein strategisches Netzwerk aufbaue von Leuten, die so ähnliche Themen haben wie ich und denen auch helfe in ihren Kontexten und ich dann mal Hilfe brauche, dann helfen die mir auch bei meinen Sachen. Also das wären so drei Vorschläge. Auf der LernOS-Webseite kommt der Link nachher noch, gibt es auch noch einen ganzen Haufen weitere Leitfäden, die man sich anschauen kann zum Erlernen von Sketchnoting, Podcasting, Wissensbewahrungsprojekte. Also da gibt es eine ständig wachsende Bibliothek. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, wenn ich da mal so ein bisschen drin bin in der ganzen Denkweise und auch diesem eigenen Steuern des Lernprozesses, dann kommt so der LernOS Canvas ins Spiel. Vielleicht kennt ihr den der eine oder andere in der Geschäftsplanerstellung, setzt man den oft ein, vom Alex Osterwald, da kommt die Methode. Da haben wir mal gelistet, was sind so Dimensionen, Gestaltungsbereiche, in denen ich eventuell mich verändern oder etwas lernen will. Zum Beispiel, ich habe ein Interesse oder ein Wissensgebiet, was ich ausbauen will oder ich will eine neue Rolle erlernen, ich will YouTuber werden oder ich will Scrum Master werden oder auch unten rechts das blaue Feld. Ich will irgendwie meine technische Infrastruktur verbessern, ich will irgendwie Tools verwenden, die mir die Arbeit leichter machen, die mich kreativer machen, die mir Zeit freischaufeln. Das heißt, da kann ich dann in regelmäßigen Abständen immer mal draufschauen, kann sagen, okay, in welchen Feldern würde ich denn gerne was dazulernen, kann das vielleicht ein bisschen priorisieren und dann eben entsprechende Ziele mir stecken, um dann etwas zu lernen. Und zu all diesen Feldern gibt es dann auch Hilfsmaterialien, die mir dann helfen, wenn ich identifiziert habe, gut, Technik, Infrastruktur, will ich was dazulernen. Was sind denn da die Detailfelder drin? Ich habe das mal an dem Beispiel hier gemacht. Der Lerner ist Arbeitsplatz zum Beispiel, der listet in diesen weißen Flächen typische Tools, also ein Toolset, was so Wissensarbeitende klassischerweise nutzen. Also, was weiß ich, Suchmaschinen oder Videokonferenzwerkzeuge oder digitale Notizbücher, Memex, in dem man Sachen dokumentiert. Und da kann ich dann auch wieder sagen, okay, ich möchte jetzt bei der Technik besser werden, aber wo denn hier genau? Und dann mache ich vielleicht für mich das Ziel, ich möchte Mindmapping oder Sketchnoting lernen, um meine Ideen, um meine Gedanken besser zu visualisieren und zu strukturieren. Das könnte dann wieder ein konkretes Ziel werden. Ja, kommen wir zum Schluss noch zu der Frage, warum lebenslanges Lernen oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben das mal hier auf die Unendlich-Schleife gemappt. Also, theoretisch kann man sagen, von Geburt oder von dem Zeitpunkt, wo man eben anfängt, sich mit Lernen zu beschäftigen, bis man in den Ruhestand geht oder bis man das Leben verlässt, eins von beiden, oder irgendwo zwischendrin ist man da auf dieser Schleife, wo man sich eben kontinuierlich überlegt, was will ich denn lernen im nächsten Abschnitt, wie gehe ich das an, wieder das Review, dann kommt der nächste Abschnitt. Also, man kann sich das so vorstellen, dass man eigentlich kontinuierlich auf dieser Schleife quasi bewegt, so viele Jahre einem auf dem Planeten eben vergönnt sind. Ja, wer jetzt da ein bisschen Interesse gekriegt hat, vielleicht zum Abschluss noch die Links, wo man so ein bisschen tiefer bohren kann. Es gibt die Webseite, da versuchen wir alle möglichen Informationen drauf zu sammeln. Ihr könnt dem Account auf Twitter folgen. Immerhin es was Neues gibt, posten wir das da. Es gibt auch eine Twitter-Community, Learning Mindset heißt die. Da kann man sich austauschen. Es gibt eine eigene Community mit einem Link, da sind so knapp 1500, 1600 Leute drin, die sich zu LernOS austauschen und anderen Themen. Wir machen einmal im Jahr eine LernOS Convention, eine Konferenz. Jetzt in 2022, wo ich dieses Video aufnehme, ist die am 5. und 6. Juli in Nürnberg und online. Und wie ich gesagt habe, die Inhalte sind alle offen. Also es gibt ein GitHub-Konto. GitHub ist so ein Verwaltungssystem für Inhalte und dort findet man alle Inhalte, auch diese Präsentation inklusive aller Grafiken, kann sich die runterladen und kann die modifizieren. Ja, wenn das jetzt alles ein bisschen viel war, würde ich sagen, der Spruch, den wir in LernOS oft verwenden, gilt überall. Ruhe bewahren, keep calm and learn on. Nehmt euch Zeit, euch da ein bisschen einzulesen, einzufinden. Sucht euch vielleicht andere, die schon mal mit LernOS Berührung hatten. Sprecht mit denen, kommt auf einen der Community Calls, die sind einmal im Monat und findet euch da ein. Und wer mag und Kontakt zu mir aufnehmen möchte, scannt einfach den QR-Code, dann habt ihr die Visitenkarte von mir bei euch im Smartphone zum Beispiel und könnt mich da entsprechend auch kontaktieren. Ja, viel Spaß damit und wie gesagt, keep calm and learn on. Ja, viel Spaß damit. Ja, viel Spaß damit.